wir machen was wird jobs das sind weiß ich nicht stellts mal ein auto rennen oder mal jemanden umbringen dass ich jetzt wird es da drüben mit dem auto rennen sein oder sonst irgendwas sieht aus wie eine rennstrecke wo ich schon bin da will ich nicht hin okay missionen sind auf der karte markiert ich gehe mal zu so einem stern ich glaube das war doch ein überfall oder ich glaube ja mal gucken ist da ein stern weg der eben gerade war oder nee da ist er wieder der fahrradfahrer ist doch nirgendwo mal ein auto hier was macht ihr ich zeig dir das geht ja ja kommt drüber hinweg und jetzt kommt mich auch nicht weiter hier rum und jetzt hier hoch und jetzt kann man hier lang geht alles ein bisschen langsamer mit dem fahrrad aber ich gebe ja schon vollgas ein auto ich kann mir das nicht holen nö das will ich nicht hier bist du mit dem fahrrad fahren dann kann man gleich was zu seiner fitness tun hier sind dort zwei sternchen ist hier irgendwo mal ein sternchen was ist hier deadmatch ach schon nochmal ein deadmatch aber da fahrst du lieber mit dem auto du bleibst stehen ein hallo hallo kann ich ein taxi rufen hallo hallo oh gott ist das ein geiles Auto Guck mal Gas Junge Entschuldigung wo das Auto rein glaub ich ne wie willst du im Deadmatch Schlimmer die Abkürzung so jawohl was ist das andere wo ist das selten drei Totenkriff Team Deathmatch so die logische Motoren das ist so weit entfernt war war es ist auch noch der Orsch Mann, Mann, Mann. Trolll-l-l-l. Mann, Mann machen, Mann, Mann... 言 ich тоже... JIT Went... Ah, Trolll-l-l-l-l-l-w... tuned El Bu store und als sie wählen, sagen sie, wow, ich bin am Ziel, ich habe es geschafft, ohne Prozesse, hallo. Ähm, weiterfahren. Ich bin ein Stuntman und TV-Aktor. Ich kann nicht alles verstehen. Ich muss Dinge zu einem wirklich basicem Level. Ich bin perfekt. Soll ich es entspannen? Ne. Wo ist denn das jetzt hier? Ach ja. Hi. Verzeihung. 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 Beitreten. Am World Pool. Es ging sich jetzt die Fresse abknallen. Anzahl der Teams, zwei. Entschuldigung, ich beitrete. Die trete ich jetzt irgendwo bei. Künstler, 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 homoerodik, künstler und künstler. Ich will ein paar Künstler sehen. Oh, das ist ein Pay-Per-View. Von dem Haus von Real Rock. Vinewood, San Andreas. Das ist Vinewood Boulevard Radio. Auf, das ist eine Frage, warte mal. Das ist die Frage. Das ist eine Frage. Und sie haben eine Frage nach dem Ende. Dann sind die Frage. Es bleibt nichts. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Muss ich jetzt hier Spieler finden? Ich will aber gar nicht da aussehen, ich will da gar nicht. Ja, verlassen. Wo, hä? Spiel beitreten. Ich meine, das Radio aus. Jetzt hat's das gefolgt und das ist gut. Sitzung wird gestartet. Hoho. Okay. Ich werde mir auch bald wieder neue Klamotten kaufen. Ja, das geht mal klar hier. Munition ein bisschen kaufen. Bereit zu spielen. Mal gucken, wie das geht. Okay, anfangen wir zur Piste. Wow. Wow. Woh. Schau wohin an, ne? Wo ist der? Komm, geh doch rü... Das war, glaube ich, ein Fehler. Ich hab einfach über die Mauer gesprungen. Ich werde jetzt einfach mal hier lang rennen. Aber schau nicht ab. Serio, ist das ein Team-Death-Match? Mann. Ja, wo sind die denn? Nein, nicht da hoch. Idiot. Ich will hier weiter. Warum blöscht das hier so rot? Ich will auch mal gehen. Oh je. Rein, hey. Hier geht's weiter, oder? Nee, von dir kommen wir doch. Ich geh mal hier weiter. Ich will nicht abhauen. Ich will... Hier. Ah, jetzt steht der Baum im Weg. Da war ein Gegner. Ich hab ihn gesehen. Ja, das war gut. Ja, das war gut. Ich will. Ich will. Ja, was ihr? Jawoll, hab ich euch noch erwischt Ja, hat dich fertig gemacht Respawn, komm Komm, geh rüber, jawohl Nein, na, wo steht der? Ach, da hinten Ja, den hab ich nicht gesehen, scheiße Nein, immerhin nicht letzter Da kommt Lerner Wo ist er denn? Wo kann man eben die Schuhe, ja Kriegt man denn die Maschinengewehre her? Jetzt bin ich ja letzter, toll Ich bin halt auch ein Level höher als ich Wo kann man denn die Waffen, andere Waffen, ja Willkommen Naja, das war so klar Muss auch zugehen, das ist das mein erstes Team Mein erstes Deathmatch Team Deathmatch, ne, ist ja nur Deathmatch Jetzt hab ich einen erwischt, oder? Hab ich einen erwischt? Hey Bock dich mal hin Bock dich Ich weiß nicht, wo man hier Maschinengewehre herkriegt Oh ja, hat man noch was Ja, jetzt hab ich's Eben hab ich über die eine Waffe gelaufen und hab ich schon eine Position bekommen Ich seh die gar nicht Wo sind die? Nein, kriegt die da Geld Nein, oh man Scheiße Entschuldigung Hab ich gedacht Jetzt, jetzt hab ich den einmal richtig schön gekillt und Ne Auch ne Munition Ich will mal eine andere Waffe Ich krieg nur die Pistil Wenn die Waffen gelten, sind die Pistil Oh, geh mal hin, geh mal hin, geh mal hin, da hinter Trägenmaschinen Was schlägt da eine MP oder so? Keine Ahnung, sie ist nicht Warum die mal 16 Schuss? Sehr gut Sehr guuuut Nein, nein, nein Oh, Mist Ja, ja Schneller, Riesporn Schneller Was ist das denn? Was war das denn? Nicht Geht darauf hab ich jetzt eigentlich nicht gerechnet War der unsichtbar Unsichtbar, der Typ. Habt ihr gesehen? Hätte ich gerade die Kohle da einsammelt. Nein! Was war das denn? Oh Mann! Wie lange geht die Runde eigentlich? Ach, noch 30 Sekunden. Okay, jetzt würde ich sagen, es ist ja wirklich ein Schuss und du bist tot. Also, es macht keinen Spaß. Das muss ich echt sagen, das macht keinen Spaß. Und du mit einem Schuss tot bist? Fünfter. Von? Nein, wenn ich das Geld bekomme. Das ist klar. Letzter. Na gut. Ich muss sagen, ich bin der Level 4, der beste ist der Level 18 und ist auf dem dritten Platz. Der beste ist Level 6. Na gut, dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss!